Keine Zuschauer, jetzt hau ab. Ich habe nie Zuschauer. Aber ich dachte, so zum Aufwachen spiele ich ein bisschen Cancel-Labyrinth und dann programmieren wir. Programmieren habe ich dann immer irgendwann ein, zwei Zuschauer. Ich weiß auch nicht warum, aber dieses Geräusch, das die Raketen beim Abschießen machen. Meine Kungersbau um die Ecke, nicht dass da noch einer, nein, okay. Die Uhrzeit unter der Woche ist vielleicht auch nicht so klug. Da hat man einfach nicht so viele Zuschauer. Aber zumindest nicht, wenn du nicht eine gewisse Größe hast, die ich nicht habe. So, ideal. Junge! Diese Gegner hier. Oh, Silberner Schlüssel. Nehme ich gleich mal mit. Außer man ist das Cancel-Labyrinth. Wie kann man das nicht mögen? Das hat geschichtlichen Wert. Was ist das denn? Ein leeres... So ein bisschen leeres Gesundheitsding. War ich da schon? Ich weiß, dass du unhöflich bist. Wie kommen denn die immer noch hinter mich? Ah, toll. Danke, Sparky. Du bist... Wie immer... Ja. Sehr nützlich, sage ich mal. Okay, CSU und Raketen. Bestes Gerät. Hätte ich mal früher gewusst, aber okay. Oh Gott. Das war jetzt überraschend weniger schlimm, als ich erwartet hätte. Da sind wir reingekommen. Dahin sind 2 Millionen Fledermäuse schon wieder. Moment mal. Wenn explodiert, fliegt die Explosion zielsuchend weiter. Soll das so? Das wirkt mir irgendwie nicht so richtig. Das wirkt mir nicht so richtig. Es fliegt einfach weiter die Explosion. Ja, okay. Finde ich jetzt auch in Ordnung. Akzeptiere ich. Ach, Sparky. Ich glaube, das soll nicht... Ich weiß, das wirkt mir nicht richtig, aber... Ich öffne Pyrots einfach. Na, wusste ich doch, dass hier ein Geheimnis ist. So was wird sich ja auch sehen. Was haben wir hier? Noch mehr Wards, die wir gehen können. Durch 100 Walls musst du gehen oder so. Ich werde schon wieder getrollt, oder? Ich werde bestimmt gleich wieder getrollt. Nehmen wir mal das mit, für den Fall, dass ich gleich wieder durch 2 Millionen Gegner laufen muss. Ah, Gold Key. Den nehme ich auch mit. Nee, das war nur so. Okay, Moment, ich muss ja noch zurück. Oh, teleportiert mich das Ding jetzt hin. Einfach hier wieder raus? Toll, mein einziger Zuschauer ist ein Spaten. Das ist irgendwie ein 15-jähriges populierendes Kind. Das uralte, schlechte Sendungen zitiert. Kannst dir auch nicht ausdenken. Ne, da war ich schon drin. Na ja, da war ich. Ja, wo geht's denn noch rein? Da war ich schon, war ich denn dann nicht schon überall. Vielleicht ein Alter. Alter, könnt ihr mal aufhören, so schnell zu spawnen? Das ist ein bisschen... Moment. Mein Bruder hat wieder aufgesammelt. Kann man denn Überreste auch sammeln? Hey, ich bin wieder voll ausgerüstet. Zwei Sekunden, aber ich werde keine Gegner mehr finden in dieser Zeit. Geil. Ich weiß halt, wie man seine Ressourcen gewinnbringend verschwendet. Noch mehr Ressourcen. Wo ist Sparky schon wieder? Noch nö. Ich glaube, ich war überall. Ich bin mir nicht sicher. Sieht alles so ein bisschen gleich aus. Was hat Sparky denn jetzt für Probleme? Kommst du mal weg von dem Zaun? Sparky? Komm weg von diesen... Jetzt ist er... Hallo? Och, was ist denn das Problem? Sag jetzt nicht, du hängst da fest. Ich muss aber nicht erzählen, dass er da wirklich festhängt. Och, komm. Okay, dann gehen wir nicht den Weg lang, sondern wir nehmen den Weg. Gut. Alle Bugs gefixt und so, ne? die HD Enhanced Edition. Da müsste man nochmal drüber gehen. So, wo war die goldene Tür? Da. Ja, ich kann nicht um die Ecke schießen. Sagt immer noch nicht um Sparky rumzuschießen, aber hey. Ich glaube, ich weiß auch, ob die so viel Schaden macht, weil die Explosion dann auch irgendwie weiterfliegt. Und das heißt also, es sind tatsächlich zwei Geschosse. Deswegen mache ich auch zwei Treffer Schaden, glaube ich. Ist jetzt meine Vermutung. da haben wir die Treppe, was haben wir da noch? Verarsche, ich verstehe. Gut, easy. in der Maze-Section there is a warp very close to your entrance and one very close to the key, so you don't need to make your way through the maze. You may want to go to the section full of Pirates first to get food available for when you need it. Hm. Gut, das heißt, ich muss also das Secret finden. Äh, das wird natürlich jetzt also out of order. Scheiß, Ding da. Erstmal, ich hasse dich, Spiel. Hast du wirklich die Tür auf und dann wirst du direkt beschossen. Oh Gott. Das ist wie sich Karten von Wolfenstein 3D anschauen. Das kann man im Internet machen. Ich würde es nicht empfehlen. Es ist wirklich, öff, wirklich schlimm. das Problem ist halt schon mal effektiv erst mal zu wissen, wo das Ding überhaupt anfängt, das Labyrinth, weil hier alles irgendwie labyrinthartig aussieht. Ja. Das ist so ein bisschen ein Problem bei So, wir spielen wie ich zwei Millionen Mal erwähnte. Aber ich werde es noch zwei Millionen Mal für den Fall, dass ich es selbst mal vergesse. Bin ich schon im Labyrinth? Bin ich bei den Piraten? Ich weiß es doch nicht. Ich lasse es mal liegen. Woran erkennt das Labyrinth? Das ist labyrinthartig. Ja, toll. Das ist labyrinthartig. Das ist ja alles in dem Spiel. Das ist ein echtes Problem. Ja, ich glaube jetzt bin ich bei der Heilung. Wie gar nicht so viel ist, wie man vielleicht denkt. Ja, man kann schneller schießen, je mehr Muff hat von Dingern. Jetzt soll ich noch eine zweite Missile kaufen. Gut, das war jetzt der Eingang das Maze. Bin ich denn hergekommen da, oder? Dann machen wir da, was ist das das Maze jetzt? Das Maze nicht ein Streitkolben? Oder sowas auch? Hot of Order. Soll ich mir denn so noch eine zweite Missile kaufen? Das sind die Hälfte aller Maschinen out of order. Ich nehme an, ich bin jetzt im Maze und irgendwo hier ist ein Geheimgang, der mich zum Teleport Richtung Ende führt. Da ich den Teleport aber nicht finden werde, weil ich ein bisschen dumm bin, muss ich jetzt das gesamte Maze durchlaufen, oder ist hier ist genauso nicht wichtig, oder? Ich bin verwirrt. Hinten sind bunte Steine, das ist bestimmt gut. Ne, das war schon der Labyrintheingang, ne? Also, das ist für den beiden Fällen hierher, okay. Äh, ne, das war silberne Schlüssel. Soll ich mir noch ein Missile kaufen? Dann habe ich zwei. Kaufen wir drei, geht's noch schneller. Das ist scheiß Out of Order Dinger, ne? Okay, jetzt habe ich zwei, drei Missiles. Geht schon schneller, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Das ist auf jeden Fall schneller als null. Äh, habe ich meinen Hund noch? Ja. Sparky ist noch hinter mir, das war jetzt aber nicht das Maze, oder? Ne. Ich glaube, der meinte wahrscheinlich den Gold Key. Ah ja, das war noch gar nicht das Maze, okay. Die Katastrophe startet jetzt erst, ich verstehe. muss ich nur noch rausfinden, wo der Geheimgang zum Schlüssel ist. Denkst du schnell den Schlüssel nehmen und alles ist easy. ganz einfach muss ich nur ein paar tausend Türen öffnen und meine unglaublichen Geheimen Oh. Das ist es schon. Ist ja nicht mal versteckt. Ich bin verwirrt. Das ist doch nicht wirklich jetzt schon beim Nun. Ähm. Okay. Ähm. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, diese Teleporter sind ja noch schlimmer, als wenn ich einfach das Portal genommen, äh den Weg gegangen wäre. Na, ich sehe, das war mir da richtig nützlich. Kann man diese Dinger kaputt schießen irgendwie? Nein. Aber die können einen kaputt schießen. Das ist natürlich auch was Schönes. Oh Gott, ich dachte, das wäre so wieder so eine Verarsche, dass der Schlüssel ist. Die halten wieder viel zu viel aus. Was ist das? Ich glaube, das kann ich aufsammeln. Ich weiß nicht, was es ist. Ach, das ist Leben. Ah, ich glaube, das ist irgendwie so, so, weiß nicht, nicht Honig. Okay. Nee, Sackgasse. Na toll. Das Spiel verarscht mir doch schon wieder. Moment. Nee. Bin ich jetzt irgendwo beim Schlüssel? Ich glaube, es wäre weniger verwirrend gewesen, wenn ich einfach den Weg durchgegangen wäre. Nehme mal das Portal. Nun. Ich habe meinen Hund wieder gefunden. Ich... Äh... 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 bin ich wieder... Er kommt ja doch mit durchs Portal. Wahrscheinlich immer nur zu weit weg. Nee, hier war ich ja. Alter. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht außer dem irgendwo stehen lasse. Moment. Nein, jetzt bin ich eins. Ah, fuck. Warte, wo war denn jetzt? Irgendwann noch eine geschlossene Tür? Da, perfekt. Easy, habe ich die Tür gefunden. Ah, easy. gar kein Problem. Du sollst ja auch nicht dich unterstützen, sondern mich. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ich glaube hier rum und dann sind da noch drin. Jetzt bin ich halt doch neugierig, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich bin ja auch Geld, nochmal neugierig zu sein. Kann nicht mal dran schütteln und gucken, ob Geld rauskommt. Das ist... Hier weiter nehme ich an, schon, ja. Gut, jetzt wo alle Türen offen sind, wird das viel leichter, hier wieder rauszufinden, ganz offensichtlich. Äh... Okay, nehme einfach das Portal. Und bin ich jetzt wieder draußen? Bin ich am Eingang? Wo bin ich? Nee. Hm... So, bin ich denn jetzt? Äh... Jetzt vielleicht? Dann gehe ich hier runter und dann bin ich beim nächsten Portal und wo habe ich schon mal meinen Hund gingen geblieben? Spark... Oh Gott. Ach, da ist der. Ey, dich in diesem Läufer hin? Ah, ich habe Ausgang gefunden. easy. Sind ja gar kein Problem. Ja. Gar kein Problem. Ich bin doch Profi. Nee, da war nur noch. Uff. Watch out. Zert tons of pirate monsters ins das Floor. So load up your six shooter and settle up your horse. Fährse. Shooting as, tosting as... lights inside of the pickers und muss treffen so rum wie so many empty key racks du find the silver key. Was ist das denn schon wieder für ein Hinweis? Macht mir ein bisschen Sorgen. Ich finde es auch schön, wie ich schon ewig keine Leben mehr bekomme. Moment, was war das da eben? Da war ein neuer Gegner. Ich kann ihn halt... Ich kann ihn halt...